Jeffrey Dahmer hat bis Anfang der 90er Jahre mindestens 17 Menschen getötet und zum Teil verspeist. Bereits als Teenager hat er extrem perverse sexuelle Fantasien gehabt, die er als Erwachsener dann immer mehr ausgelebt hat. Die meisten seiner Opfer waren homosexuelle Männer, die er in einer Bar kennengelernt hat. Er hat die Männer mit Medikamenten gefügig gemacht und sie dann erdrosselt. Damit seine Opfer ihn nie wieder verlassen können, hat Dahmer nach den Morden sogar Teile der Leichen verspeist. Als die Polizei seine Wohnung durchsucht, werden Unmengen an menschlichen Überresten entdeckt. Darunter auch unzählige Polaroid-Fotos, die seine grausamen Morde dokumentiert haben. In seinem Schlafzimmer stand ein großes Fass mit Säure gefüllt, in dem er zwei Leichen aufgelöst hat. Dahmer wird zu 15 lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Kurz danach ist er im Gefängnis von einem Mithäftling getötet worden.